Setzen Sie sich hin! Was ist das hier? Panamerica Airstream. 10,5 Meter lang. 2,5 Meter breit. Eine Größe, die für eine Person allein vollkommen ausreicht. Ziemlich optimal sogar. Wohnen Sie etwa hier? Nein, ich wohne hier nicht. Das ist ein Lagerraum. Das wäre eigenartig. Das verstehen Sie unter eigenartig? Ich würde gern mehr Zeit hier verbringen. Allerdings habe ich Sorge, dass einige meiner Klienten mir hierher folgen. Sie sind ein Buchhalter. Warum sollten Sie ihnen denn folgen? Woher wissen Sie genau, was Sie tun müssen? Warum sind Sie vorbereitet? Des Weiteren steht der Wagen auf Rädern. Ich muss ihn nur anhängen und bin in zwölf Minuten weg. Normalerweise. Sarkasmus? Ist das sarkastisch gemeint? Nein, ist es nicht. Ich bin nie sarkastisch. Ich bin verärgert. Alles, was mir auf der Welt wichtig ist, befindet sich in diesem Wohnwagen. Und ihretwegen, meine Pläne zu ändern, bringt es in Gefahr.